Was geboten bekommen? Was kannst du uns hier anbieten? Ich könnte was singen, ich könnte mir was hier anbieten lassen, zum Beispiel Johnny's Auto tragen. Gut, das können wir ja gerade jetzt hier reichen stehen, weil die Karte es probieren lässt. Gut, und was würdest du für uns singen? Kalt und viel Spaß! Äh, Waves & Sex! Wie viele Karten möchtest du dafür dann haben? Ja, also es ist immer super! Okay, drei Karten. Dann krieg ich mal einen Daten für dich und sag vier Karten. Okay, vier Karten und das ist jetzt...